So, die letzte Folgenbesprechung fiel ja wegen kleiner Schnittprobleme und Mikrofonprobleme aus. Dafür nochmal Entschuldigung an der Stelle. Ich schaue mal, ob ich sie vielleicht noch nachhole, aber um es kurz zusammenzufassen. Ich fand die letzte Folge okay. Sie hatte ein bisschen Füllerpotenzial und ja, sie hat sich ein bisschen langgezogen angefühlt, aber ich finde dennoch, dass so etwas in so einer Serie hier durchaus möglich oder nicht möglich, sondern nötig ist. Und dafür hat sich diese Folge ja dann umso mehr gelohnt. Und ich wusste tatsächlich, oder ich habe mir schon gedacht, dass die letzten zwei Folgen, denn ich schätze mal, das Finale wird ähnlich gut, hier ordentlich die Qualität hochtreiben werden. Aber gut, wir fangen mit dieser Folge hier an. Und wie ich gerade schon sagte, diese Folge treibt die Qualität hoch. Sie nimmt sich ein Thema zu Herzen, was sehr wichtig für den Verlauf der Gesamtserie ist. Sie stellt vieles, sie dreht vieles auf den Kopf sozusagen. Sie ändert das Machtgefüge sozusagen. Und ja, das ist tatsächlich auch schon alles, was ich spoilerfrei dazu sagen kann. Ansonsten, ja, fangen wir direkt mal oder machen wir direkt mal weiter mit dem spoilerhaltigen Teil. Wir sind auf einer Insel in der Schwarzwasserbucht, schätze ich mal, mit Rhaenyra und Syrax, sowie Adam von Holck und seinem neuen Drachen, nämlich Seerauch. Den er, oder Seerauch hat ihn ja ausgewählt, besser gesagt. Und ja, es ist ein schöner und interessanter, eine schöne und interessante Gegenüberstellung. Und nun ja, es war zu erwarten, dass Adam sich eher auf die Seite der Schwarzen stellt. Und das tut er relativ selbstverständlich und scheint damit auch keinerlei Probleme zu haben. Er sagt, er möchte die Wege der Drachenreiter lernen und sich seiner Königin dienen. Und Rhaenyra begrüßt das natürlich sehr. Sie ist natürlich sehr überrascht davon, dass ein Mann des kleinen Volkes sozusagen imstande war, solche, ja, einen Drachen zu zähmen. Oder besser gesagt, dass der Drache ihn ausgewählt hat. Das wird für die gesamte Folge noch Auswirkungen haben. Und mal kurz zu Seerauchs Design. Es erinnert mich, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber es erinnert mich sehr stark an die Drachen aus Game of Thrones, aus denen ein Daenerys-Drachen. Ist nicht schlimm, wird höchstwahrscheinlich bei ein paar anderen Drachen auch so sein, aber ja, ich weiß nicht, Seerauch erinnert mich irgendwie an einen gebleichten Drogon. Aber wie gesagt, das ist ja nicht schlimm. So, es wird nach Königsmund gewechselt, wo Jasper Wild, 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 wie auch immer, die Eisenrute, nenne ich ihn mal, wo er Laris Kraft berichtet, dass Seerauch einen neuen Reiter hat. Und Laris ist ein wenig überrascht, weil er diese News noch nicht kannte. Und das hat, wo ich, wie ich gesehen habe, einiges an Kontroverse aufgebracht, warum Laris Kraft und allgemein in dieser Folge, warum Laris Kraft so schlecht informiert scheint. Da werde ich aber gleich noch was zu sagen. Das Gespräch zwischen den beiden findet statt, während Aemond im Innenhof des Roten Bergfrieds zwei von Aegons Königsgardisten bestraft. Das waren die, die in der letzten, oder war es die vorletzte? Ich glaube, es war in der letzten Folge, haben sie einen Mob des kleinen Volkes zusammengeschlagen mit Schwertern und das gegen die Befehle der Königin. Dementsprechend werden sie jetzt zur Mauer verbrannt. Ich werde einige Punkte hier aufgreifen müssen aus der letzten Folge, die ich logischerweise nicht besprochen habe, deswegen verzeiht mir das. Aber ja, sie bekommen ihre weißen Umhänge entfernt und werden zur Mauer geschickt. Die entsprechenden Krähen, also Nachtwachenmitglieder, stehen auch an der Seite. Interessant, die auch mal wieder zu sehen. Und wir wechseln nach Drachenstein zum Schwarzen Rat, der ein wenig verwirrt scheint auf Basis dessen, was hier passiert gerade mit Rhaenyra und Seerauch. Sie haben vor, oder sie wollen besprechen, was da jetzt zu tun ist. Und man bespricht auch, dass Adam aus Holk eben der neue Reiter von Seerauch ist. Lord Bartimus Keltiger ist da natürlich nicht so wirklich überzeugt von. Und es scheint, sagen wir mal so, Keltiger ist so nach diesem anderen Lord, dessen Namen ich gerade vergessen habe, so der nächste Quirulant in Rhaenyras Rat, der sie zwar unterstützen möchte, aber eben eine Weise, die ihm mehr nützt als ihr. Und ja, er bezeichnet Adam als Dieb und Lord Corlys macht seine erste größere Entscheidung als Hand und befiehlt denen, die Entscheidung der Königin abzuwarten. Und diese durchforstet mal wieder die Bibliothek in Drachenstein. Und um dieses Gespräch kurz zusammenzufassen, es geht ihr darum, dass sie eben weitere Menschen mit Targaryenblut sozusagen suchen lässt, wobei Miseria sie auch berät und ihr sagt, dass sie wahrscheinlich mehr Erfolg damit hätte, nun die nicht dargestellten oder nicht in Stammbäumen vertretenen Leute zu durchsuchen und im gemeinen Volk sozusagen nach solchen Drachenreitern zu suchen. Und das, ja, beschließt sie dann am Ende auch. Und es wird, sagen wir mal, eine etwas unkonventionellere Methode aufgestellt und Rhaenyra entschließt sich, eine Armee aus Bastarden aufzustellen. Apropos Bastard, Corlys Velaryon ist oder besucht Adam in seinem neuen Gemach in Drachenstein. Adam ist ja, wie schon mehrfach bestätigt wurde, sein Bastard. Und nun ja, es ist ein wenig awkward, dieses Gespräch zwischen den beiden. Und nun ja, Corlys beglückwünscht ihn zu seiner Stämung von Seerauch beziehungsweise der Tatsache, dass Seerauch ihn erwählt hat. Und ich glaube, Adam ist sich seiner Herkunft, seiner Verwandtschaft zu Corlys Velaryon sehr bewusst und Corlys sich logischerweise auch. Aber sie sprechen nicht so wirklich darüber und das ist eher so ein von wegen, so ein Gespräch von wegen Niemand weiß was, gut, niemand weiß was, hast du gut gemacht, das mit dem Drachen. Und ja, das ist für Corlys ein bisschen seltsam, dass jetzt einer seiner Bastarde das Ganze beansprucht. Was ich auch umso seltsamer finde, weil Corlys selbst hat meines Wissens nach kein valyrisches Blut, also kein Targaryen-Blut. Und dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass dieser eine Schiffsmarkt, mit der er ja Adam hatte, eine Targaryen gewesen sein könnte, oder eine entfernte Targaryen. Es wird ja viel darauf angespielt, von wegen, dass das Targaryen-Blut eigentlich gar keinen Unterschied macht und dass der Mensch ist oder die Persönlichkeit ist, die den Drachen zähmt. Und eben, dass auch nur ein sehr geringer Teil Targaryen-Blut ist, ausreicht theoretisch, um so einen Drachen zu zähmen. Aber gut, das ist alles sehr ambivalent und nicht wirklich genau, deshalb gehe ich da jetzt erstmal nicht weiter drauf ein. Für den Kontext dieser Folge reicht es zu wissen, dass jeder, der hier einen Drachen zähmt, auch mindestens ein bisschen Targaryen-Blut zu haben scheint. Und das ist das Wichtigste erstmal. Wir wechseln wieder zurück nach Harrenhall, wo Dämon nach wie vor isst und sich die Fluss-Lots herbestellt hat, mal wieder. Dieses Mal allerdings mit dem neuen Herrscher der Flusslande, Oskar Tully, mit welchem er auch spricht. Und Oskar Tully spricht sich erstmal dafür aus, dass er ihn unterstützt und nicht den Anspruch der Grünen, dass er seinen Eid zu König Viserys ehren möchte. Und er stellt auch in den Vordergrund, dass er nicht so wirklich erfahren ist, aber er ist schlau, der Junge. Er macht es sich nämlich zunutze, was Dämon von ihm will und er weiß, dass die Fluss-Lots eher hinter ihm stehen werden als hinter Dämon, gerade nach der ganzen Scheiße, die Dämon in den Flusslanden gemacht hat und nach der Politik, die er versucht hat zu fahren. Wir wechseln in den Götterhain und hier sind so einige Häuser aus den Flusslanden vertreten. Darunter sowas wie Piper, Malister und so weiter, Bracken und Schwarzhain natürlich ebenfalls. Und das ist eine recht lange Szene, um sie kurz zusammenzufassen. Es geht prinzipiell darum, dass die Lords der Flusslande Oskar Tully als ihren neuen Lehnsherrn anerkennen und Dämon ihn unter Druck setzt, ihm diese Armee zu geben. Die Flusslande wollen allerdings logischerweise nicht unter Dämon's Fuchtel dienen, ohne zuerst Gerechtigkeit für die Verbrechen der Schwarzhainz zu erhalten. Und diese Gerechtigkeit fordert Oskar Tully indirekt ein, dadurch, dass er Dämon wiederum unter Druck setzt, dadurch, dass er ihm die Armee verweigern kann und Dämon als Alleinstehender nichts dagegen tun kann, weil er die Armee braucht, um den Krieg zu gewinnen und deshalb mit seinem Drachen nicht drohen kann. Oskar Tully verwendet hier, obwohl er so jung ist, ich glaube, der ist 12, 14, 16? Also ich weiß nicht, im Buch weiß ich nicht, wie alt er da war oder inwiefern er da überhaupt vorkam, das weiß ich gerade überhaupt nicht. Jedenfalls, Dämon sitzt hier eindeutig am kürzeren Hebel und deshalb kann Oskar Tully ihn dazu zwingen, also Dämon dazu zwingen, Willem Schwarzhain hinzurichten für die Verbrechen, die er an den Flusslords begangen hat und er zwingt Dämon dadurch, eine Seite zu wählen. Entweder er steht mit den Schwarzhains alleine auf Rhaeniras Seite oder halt mit den gesamten Flusslern. Und da kann Dämon natürlich nur die Entscheidung treffen, dass er den Schwarzhain verrät. Und entsprechend hat Dämon hier eine Lektion erhalten, wie schwierig es ist, als König Entscheidungen zu treffen. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass Oskar Tully ihn explizit nur als Königin Gemahl und vielleicht als Prinz anerkennt, aber nicht als König und das ist ihm dementsprechend wichtig. Und nun ja, Dämon kriegt eben vorgehalten, wie die Bürde so ist. Und das wird später auch nochmal, also nach dieser Szene direkt, vom Geist von Viserys verstärkt sozusagen, der in seinem Schlafgemach auf ihn wartet. Und dieses Bild, was ich hier habe, wo Dämon und Viserys nebeneinander sitzen, das zeigt, glaube ich, ganz gut Dämon, das fasst ganz gut Dämon's Charakterentwicklung in dieser ganzen zweiten Staffel im Prinzip zusammen, weil er hatte eben diesen Arg von wegen, möchte er jetzt König sein oder nicht? Möchte er die Krone für sich selbst beanspruchen nach seinem Streit mit Rhaenyra oder möchte er das nicht? Und diese Folge oder dieses Bild hier zeigt, Viserys hat die Krone bekommen, er wollte sie nie und ihn hat sie fertig gemacht, ihn hat sie zu so einem ausgelaugten und kaputten alten Mann werden lassen, obwohl er gerade mal 40 war. Und Dämon sitzt daneben, hatte die Krone nie, will sie aber. Und nun ja, er will sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was aus ihm dann werden kann. Und ich glaube, Dämon ist jetzt endgültig zu der Realisierung gekommen, dass er die Krone nicht braucht und sie stattdessen lieber Rhaenyra, und stattdessen lieber Rhaenyra helfen sollte, sie zu bekommen. Zurück in Königsmund sehen wir, wie Aegon der Verbrannte, Aegon der Geknusperte, Aegon der Knusprige, wieder versucht, das Laufen zu lernen mit einer Schiene an seinem Bein, obwohl Larys noch letzte Folge gesagt hat, von wegen, er wird höchstwahrscheinlich nie wieder laufen können. Und nun ja, man merkt dieser, man merkt dem Ganzen an, auch dass Larys hier mithilft, man merkt dem Ganzen an, dass sie das heimlich machen hinter Aemons Rücken, und das eigentlich nicht gut für Aegon ist. Und Larys möchte eben so schnell wie möglich, dass Aegon wieder bei Kräften ist, damit Aemond endlich seine Macht verliert bei Hofe, weil er ihn so vorgeführt hat. Aber das wird nicht so einfach. Ja, das ist der Inhalt dieser Szene. Und ich glaube, auch der Großmeister ist da so ein bisschen auf Larys Seite, wenn auch indirekt, weil er ja, weil er Aemond wahrscheinlich auch nicht so wirklich leiden kann. Aber sie beide versuchen auf jeden Fall, Aegon wieder in den richtigen Zustand zu bekommen. Zurück in Holc, wieder mit Corlys und Allyn dieses Mal, seinem anderen Bastard. Und im Prinzip beauftragt er ihn damit, eine Nachricht von Rhaenyra nach Königsmund zu bringen, in Form von Fischerbooten, die er dort hinbringen soll. Und im Prinzip soll er diese Nachricht, dass verschiedenste Drachenreiter aus dem gemeinen Volk gesucht werden. Das ist wie so ein Jobangebot quasi, dass er nach Königsmund schmuggeln soll. Und nun ja, er spricht mit ihm auch nochmal kurz über das Thema seiner Nachfolge und er fragt ihn quasi, ob er nicht theoretisch auch Interesse daran hätte, einen Drachen zu zähmen. Also das Angebot gilt quasi auch für ihn. Aber Allyn verkneift sich das und sagt, er ist Salz und See, nicht Feuer und Blut. Also das Nicht-Feuer-und-Blut sagt er nur indirekt. Aber das ist eben ein Kontrast zu dem Zitat, was wir vor ein paar Folgen von Bela hatten. Und ich glaube, Corlys hat nach diesem Satz in ihm auch seinen Erben gefunden. Apropos Erben, es geht mal wieder nach Hohenair, wo wir wieder mit Rhaena konfrontiert sind. Das ist ihre einzige Szene in der Folge. Ganz kurz, also wirklich, diese Szene kann man sehr kurz zusammenfassen. Sie haut ab, um sich einen Drachen zu holen. Soviel zu Rhaena. Zurück wieder in Drachenstein. Jace konfrontiert seine Mutter mit etwas, was ihm ziemlich sauer aufstößt. Denn, nun, er hat ein Problem damit, dass sie jetzt einfach so Bastarden erlaubt, Drachen zu besteigen und zu zähmen. Denn für ihn als Kraftbastard sozusagen, er hat das natürlich selbst immer wieder mitgekriegt und, äh, nun ja, mitbekommen sozusagen, was die Leute unter seinem Rücken reden. Und er weiß, dass er von Havin Kraft abstammt. Das haben wir ja auch schon in einer der letzten Folgen gesehen. Und er hat eben ein Problem damit, weil seine einzige Legitimation, die er vorweisen konnte, dass er ein wahrhaftiger Targaryen ist, trotz des schwarzen Haares, war bisher immer, dass er trotz seines Bastardblutes, er und seine Brüder, imstande war, einen Drachen zu zähmen. Und wenn das jetzt jeder Bastard helles Haar oder nicht kann, dann untergräbt das extrem Jaces Anspruch. Und er hat da natürlich zu Recht Sorge dran. Und ich bin ganz ehrlich, Rhaenyra schafft hier keine gute Beschwichtigung seiner, äh, ihrerseits. Sie spricht hier vom Schicksal der Götter und ähnlichem. Und sie hat ja keine andere Wahl. Und, äh, nun ja, Jace hätte es lieber auf Edelmänner vorgezogen und er traut dem gemeinen Volk eben nicht. Was auch nachvollziehbar ist. Aber es bleibt, wie Rhaenyra sagt, eben keine andere Wahl. Die Nachricht verbreitet sich auch relativ schnell in Königsmund. Und hier muss ich den Punkt von vorhin aufgreifen. Hier wird, hier wird kritisiert an dieser Folge, wie kann es sein, dass diese Nachricht in Königsmund ihren, äh, Umlauf macht und keiner davon mitbekommt, keiner im kleinen Rat oder auch Larys nicht davon mitbekommt, dass hier diese Nachricht umgeht und dass Rhaenyra hier quasi Drachenreiter aus der Hauptstadt des Gegners sozusagen gegen sie rekrutiert. Wie kann es sein, dass Larys davon nichts mitbekommt? Und meine persönliche Theorie ist, dass Larys Spionagenetzwerk gar nicht so gut ist, wie man denkt. Sodass Larys tatsächlich gar nicht so ein guter Meister, der Flüsterer ist, wie er immer behauptet. Und er will ja auch eigentlich die ganze Zeit Hand sein. Und, äh, ich glaube, sein Spionagenetzwerk, seine, seine Vögelchen beziehen sich eher auf den Roten Bergfried und das Innere des Roten Bergfrieds. Und ich glaube tatsächlich, dass er nur dort, so, Larys spioniert nicht zum Wohle der Anderen, muss man, glaube ich, festhalten. Wenn jemand im Roten Bergfried, wenn er da eine Information verkaufen kann, dann kann das für die Lordschaften vielleicht nützlich sein. Aber primär spioniert Larys für sich selbst. Er möchte etwas über die Herrschaften im Roten Bergfried herausfinden. Er möchte sich diese Informationen zunutze machen. Und er möchte davon profitieren. Deswegen hat es mich immer so, äh, deswegen bin ich immer so davon ausgegangen, dass Larys tatsächlich keine Informationsquellen im gemeinen Volk hat. Unter dem Gesichtspunkt auch, dass ja Miseria eigentlich diejenige ist, die im kleinen Volk von Königsmund, sie sagt ja, sie hat mehrere Jahre dort verbracht und sich dieses Spionagenetzwerk ewig aufgebaut. Ähm, aber sie, sie ist quasi die, die in Königsmund im kleinen Volk die Vögelchen und die Spione und so weiter hat. Und ich glaube eben, dass Larys Spionagenetzwerk dem von Miseria nicht das Wasser reichen kann. Aber dafür weiß Miseria eben nicht, was im Roten Bergfried so passiert. Davon haben wir ihrerseits auch noch keine wirklichen Informationen erhalten, außer das, was halt generell so gesprochen wird. Und ich denke, dadurch, dass die Stadtwache auch noch vollständig auf Dämon's und damit auf Miseria's Seite steht, ist es für sie quasi leichter, aus dem kleinen Volk Informationen zu bekommen, während Larys es nicht so leicht hat, da eben die Stadtwache hinter Dämon steht. Und ich denke, das wird uns durch Belindas, also die Kammerzorfer von Rhaenyra, durch ihre POV auch ganz gut gezeigt. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, Larys Spionagenetzwerk kann deshalb von den Ereignissen auf der Straße nicht viel mitbekommen, weil es sich nicht daraufhin erstreckt. Larys hat im Prinzip nur im Roten Berg Fried Spione und nicht darüber hinaus. Das ist zumindest meine Theorie. Ja, aber um zum Ursprünglichen zurückzukommen, die Nachricht erreicht auch unsere zwei POV-Charaktere für das gemeine Volk, Ulf den Säufer und Hugo Hammer. Und genau, beide sind erst zögerlich über das Angebot und sind sich unsicher, was sie jetzt tun sollen. Und nun, gerade Ulf ist sich überhaupt unsicher über die Geschichte, die er da erzählt hat und hat wohl eventuell ein bisschen geflunkert, aber oder er weiß es halt einfach nicht genau. Aber Hugo Hammer, der ist sich relativ sicher, dass er das versuchen möchte. Er scheint wohl zwischen dieser Folge und der letzten seine Tochter verloren zu haben. Scheint wohl ihrer Krankheit erlegen zu sein und für ihn ist jetzt wohl, er hat jetzt wohl nichts mehr zu verlieren und glaubt daran, dass er jetzt nun mittels dieses Drachen sein ganzes Leben ändern und ja, verbessern könnte. Das ist wie so eine Eins-in-ner-Millionen-Chance sozusagen. Das ist wie so ein bisschen bei Squid Game sozusagen. Aber naja, der Vergleich ist vielleicht etwas makaber. Nun, jedenfalls die Fischerboote werden dann nach Drachenstein gebracht. Das dauert auch nicht sehr lange und schon sind sie alle da. Und ja, die rote Saat, wie ja die Folge heißt, betritt Drachenstein, wo sie dann auf Rhaenyra warten und diese wird vom, ich nenne ihn mal den Drachenhüterorden konfrontiert, welche explizit aussagen, dass sie sich nicht an diesen Machenschaften beteiligen wollen. sie sehen die Drachen als etwas Heiliges, als etwas Religiöses an und sie sind wahrscheinlich alle noch Anhänger der alten valyrischen Religion. Und zu Recht wäre es für die natürlich absolut unverständlich, dass jetzt einfach so gemeine Leute diese, sie heiligen Kreaturen besteigen dürfen. Rhaenyra hält eine Rede darüber, dass sie diese Drachen primär für, natürlich für den Krieg braucht, aber sie erhofft sich dadurch auch, dass sozusagen, wenn sie mehr Drachen hat als der Gegner, dass sie dann dafür sorgen kann, dass das Leid und der Krieg an sich schneller beendet werden kann, so als Druckmittel sozusagen. Und dementsprechend misst sie dem Ganzen auch eine große Rolle bei. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, sie führt die Gruppe in die Drachengrube, wo nun Vermitor auf sie wartet, also auf die Gruppe. Vermitor sehen wir nicht das erste Mal, wir haben ihn in Staffel 1 bereits einmal kurz gesehen, aber da natürlich noch nicht in all seiner Pracht, jetzt schon, Vermitor ist ja der zweitgrößte Drache in der ganzen Serie und er wird seinem Ruf gerecht, sage ich mal, er wird dem Namen der Bronzene Zorn durchaus gerecht und ja, es werden alle Anspruchsteller gleichzeitig vor ihn geführt, das mag auch ein gewisses Kalkül haben und nun ja, es, wie erwarten, es schlägt zuerst einmal fehl, Vermitor rastet aus und grillt die ganzen Anspruchsteller allesamt und unsere zwei POV-Charaktere Ulf und Ugo müssen sich sehr lange in diesem Chaos, das Vermitor da veranstaltet und diesem ganzen brennenden Anspruchsteller Barbecue müssen sie sich behaupten und es endet damit, dass Hugo, Hugo Hammer Vermitor von sich überzeugen kann und er ihn annimmt und ja, diese Überzeugungsarbeit, diese Anspruchstellungsarbeit auf Vermitor, die war von sagen wir mal sehr viel Gefahr, sehr viel Mut und sehr viel Überwindungswillen und auch sehr viel Courage erfüllt und Hugo Hammer überzeugt Vermitor ja dadurch von sich, dass er ihn anschreit. Ulf hat es ein bisschen leichter, sage ich mal, bei seiner Tämung von Silberschwinge, er kommt in ihre Höhle durch Zufall mehr oder weniger, tritt in einen ihrer Eierhaufen und Silberschwinge scheint seinen Geruch zu mögen oder was weiß ich, sie scheint einfach Ulf sehr zu mögen, sie scheint lange keinen menschlichen Kontakt gehabt zu haben und es ist ein bisschen weird, dass Hugo durch diesen ganzen Stress hindurch musste, um eben mit Silberschwinge klar zu kommen, aber sagen wir mal so, das zeigt die verschiedenen Persönlichkeiten der Drachen und es zeigt, es ist auch immer so ein bisschen charakterkompatibel, weil Ulf wurde uns als jemand gezeigt, der so alles und jeden kennt, der mit allem und jedem klarkommt und Freunde an jeder Stelle hat und warum kann sich das nicht auf einen Drachen erstrecken? Hugo Hammer wurde uns als jemand gezeigt, der durchhält, der alles für sich und seine Familie tut, um aus einer schwierigen Situation heraus zu kommen und genau das hat eben Vermithor auch beeindruckt und Silberschwinge ist halt einfach froh, einen Freund gefunden zu haben und deswegen finde das interessant so ist nur weil die Drachen schlimme Biester sind, heißt es ja nicht, dass es schwierig sein muss sie zu zähmen und es braucht eben es ist teilweise auch einfach ein Puzzlestück so von wegen welcher Charakter von Mensch passt zu welchem Charakter von Drachen und scheinbar passen Silberschwinge und Ulf gut zusammen und apropos Silberschwinge macht mit Ulf auch direkt einen Ausflug nach Königsmund das ist wie als würdest du in der Lotterie gewinnen und dann in deiner alten und dann in deiner und Ulf hat den Spaß seines Lebens Aemond ist natürlich sehr erzürnt darüber und schwingt sich sofort auf Varga verfolgt Silberschwinge fast bis nach Drachenstein aber leider riecht Aemond die Falle und es war es war eine Falle denn auf Varga haben da drei Drachen auf einmal gewartet auf Drachenstein und das wäre sozusagen die einfachste Möglichkeit gewesen Varga direkt auszuschalten aber nein so leicht ist es nicht Aemond wittert die Falle und kann noch rechtzeitig Varga umdrehen und dafür sorgen dass sie nicht getötet wird noch nicht und dann haben wir diesen schönen Shot hier von Rhaenyra mit ihren neuen Drachen und ich weiß hier fehlt zwar Seerauch aber das ist nicht schlimm ja die das Blatt hat sich gewendet würde ich sagen das Blatt hat sich eindeutig gewendet es ist es es ist nun ein ganz anderes Machtgefüge und ich bin gespannt wie die Grünen jetzt darauf reagieren wollen dass Rhaenyra jetzt drei neue Drachenreiter hat Silberschwinge Seerauch und Vermitor und vielleicht ja wenn Rhaena noch zurückkommt sogar noch einen vierten das wird dann für die Grünen richtig schwierig dürfte auf jeden Fall interessant werden aber wir dürfen nicht vergessen in der kleinen Ratsszene die es gerade davor noch gab wurde ja auch gesagt dass der Drache von Daeron Targaryen also dem jüngsten Bruder von Aemond ebenfalls nun reitbar ist das bedeutet zwar nur das absolute Minimum der wird wahrscheinlich nicht viel größer sein als Wehrmacks aber trotzdem es verspricht interessant zu werden und das Finale das kann eigentlich nicht enttäuschen denke ich je nachdem was die Serie sich jetzt entscheidet uns zu zeigen kann das nur gut werden ich habe ja das Buch gelesen und da kommen jetzt einige interessante Stellen theoretisch von denen sich die Serie viele aussuchen kann das wird episch hoffe ich zumindest es gibt ja nur acht Folgen deshalb wird es ein bisschen kürzer diese Staffel und dann dürfen wir wieder zwei Jahre warten und nun ja so ist das eben ich bin gespannt auf die nächste Folge und auf die letzte ich schaue mal wie ich dann da die folgen besprechung mache vielleicht mache ich auch nochmal einen gesamt besprechungs stream mit jemand anders aber ich freue mich drauf ich bin gespannt und ja ich freue mich auch auf euer zuschalten beim nächsten mal bis zum nächsten mal und auf wieder schauen